happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RedDogGamble ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und heute mache ich auch wieder Livestreaming ich muss nur noch die ganzen Updates machen jetzt gerade habe ich wenig Zeit deswegen direkt spielen ich gehe auf CS Squad also viel Spaß ok da geht die S-Runde auch schon los ich mache wieder zwei Runden bei Free Fire schau mal dass wir etwas reißen können nach oben brauche ich ja nicht weil ich habe nur eine Pistole ich habe mich für kleine ich glaube wir müssen versuchen damit eine Kielung zu werfen ich meine Frau ich bin ein paar ich bin ein paar ich bin ein paar ich bin ein paar Oh, oh, oh. Double kill! Das ist... da war der eine das war die erste runde mein lieblings maschinenpistole hier gibt es ressourcen was ist denn hier los ok darum ist einer der schon sehr gut nicht mehr die 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 Geek nugget Schade Ich war zu langsam, ich war zu langsam, das kann doch nicht wahr sein Oh, ich bin schon fast fertig mit meiner Maschinenpistole Wobei, ich muss los, ich habe doch keine Zeit Okay, der eine rennt hoch, habe ich gesehen Er hat nach oben geschossen, meistens rennen die dann auch da lang Und First blood Double kill Triple kill Okay, okay, okay Wo ist denn der eine? Wo ist denn der eine? Dort Dort Dort, dort, dort Okay Mensch, das sieht hier mal richtig gut aus So, wir nehmen einmal eine Spritze Komm, da nehmen wir noch den mit und den mit Okay Die schießen rum wie wilde Ja, ne 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 Okay 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 Oder Okay 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 Dann Dann Jetzt Entstehen Dann Dann Double kill Triple kill Thanks, gute Arbeit Sei geduldig Gute Arbeit das war eine sehr sehr gute runde würde ich mal sagen für mich zumindest nicht für den gegner ich glaube das waren gerade wieder drei kills nicht schlecht ich bin elf kills insgesamt einmal geholfen ich bin beeindruckt von meinen können okay ich würde sagen dann gehen wir weiter schnell in der nächsten runde bis gleich okay es geht los die zweite runde übrigens heute abend wird hier darüber reden wie ich vielleicht dingens mache ein dingens bummens ein gewinnsspiel hochgehen brauche ich nicht schnell weg hier so 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 ok zwei leben noch einer kriecht irgendwo ok ok die nächste runde wieder bei der p5 ach das ist doch so schön ich habe aber auch ein glück falscher knopf so leute was mache ich hier nicht rennen hier vorne lang einmal kurz hier in der wand lang laufen die 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 Überraschung, das war schön, immer eine kleine Schneecke. Okay, weiter geht's. Wir müssen unsere MP aufwerten, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Oh, schon auf Max. Ach je. Allerdings habe ich jetzt meinen Helm nicht ganz so gut, aber egal. Ich hoffe es geht dahinten einer durch das Portal. Ah, alle durchgelaufen. Da hinten sind sie, ich habe sie gefunden. Und da oben ist einer. Okay. 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 Und das wird dann etwas Zeugitive Le feasible. Okay. Wie geht es? Wir sehen uns den Teil auf der Lösung. er muss runter ok muss ich aber kurz schnell das kaufen kann das nicht so rausschmeißen muss man immer so machen ich war auch gar nicht fertig mit kaufen ach wenn ich immer wenn ich das mache komme ich durcheinander so ein mist aber auch ich hab noch nicht mal mal wenn die alle mir hinterher hallo dann höre ich doch nicht ob die gegner kommen da ist nichts das ist okay okay das war schon wieder zweimal 4 0 gewonnen heftig zweimal ich der beste spieler vielleicht das werden wir gleich sehen kann ich mich langsam zum profi szene scherz dafür dauert eine ewigkeit falsche tastatur dafür aber ich gebe mein bestes gut dann gebe ich schnell das like und dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du bei nächster jeweils seid bis dahin mit euch viel spaß und auf wiedersehen bis heute abend tschüss tschüss Vielen Dank.